Willkommen bei iTurne TV. Was meint die Welt zum ersten grünen Konsumentenfernsehen? Dazu schalten wir kurz zu unseren Aussenstellen. Mr. President? The decisions that I think are important for our country and for the world. President, ist es nicht so, oder? Vielen Dank, Mr. President. Herr Federer? Es ist sicher wichtig, gerade die beste Form. Ich bin sehr zufrieden. Roger Federer, vielen Dank. Das war iTurne TV. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss.